Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und ihr seht es schon Leute, heute gibt es wieder den täglichen Gegenstand-Shop. Ja, es hat sich wieder einiges getan und wir haben richtig geile Sachen wieder in den Shop bekommen, aber ohne lange rumzuschnacken, gucken wir uns den einfach mal direkt an. Lasst gerne ein Abo da und natürlich auch die Glocke aktivieren, plus ganz auf Ehrenhaft meinen Creator-Code META-8 im Gegenstand-Shop eingeben. Ja, das Shop-Video ist wieder auf meinem Hauptkanal, Erklärung dazu kommt heute im Laufe des Tages. Wir gucken uns jetzt einfach mal direkt die Sachen an, die wir heute bekommen haben und zwar Tifa-Deb für 200 V-Bucks. Tifa-Deb haben wir jetzt tatsächlich zum dritten Mal in den Shop bekommen, zuletzt vor einem Monat. Ist aber sehr cool, feiere ich absolut und ist auf jeden Fall ein Deb, den man sich für 200 V-Bucks kaufen kann. Dann haben wir den Gage-Skin bekommen oder ja, Gage würde ich schon sagen. 800 V-Bucks, ich finde den gar nicht mal so schlecht, ich finde den gar nicht mal so falsch. Ich finde den cool, auch wenn das rosa an der Hose nicht sein muss, also dieses Camouflage-Rosa ist jetzt nicht so meine Sache, aber irgendwie hat es trotzdem was. Ich finde es trotzdem cool, eure Meinung gerne mal in die Kommentare anzetteln, eskalieren, überwinden und ja, das würde ich auch so stehen lassen. Ihr könnt es gerne kaufen, wenn ihr noch V-Bucks braucht, dann unten in der Videobeschreibung, habe ich euch Xbox und PCN-Karten verlinkt, könnt ihr bis zu 5 Euro sparen und mich sogar noch damit unterstützen. Voll ablachen, ein Emote, was ist denn so lustig? 500 V-Bucks dafür. Ob man das jetzt haben will, weiß ich nicht. Also es war 13 Mal im Shop, ist jetzt nichts Neues oder so. Also wie gesagt, wenn ihr es haben wollt, könnt ihr es natürlich gönnen für 500 V-Bucks, ansonsten auch als Geschenk an eure Freunde. Dann haben wir Gaunerin-Skin für 1500 V-Bucks, Tasche des Meister-Diebes-Rücken-Adresse war natürlich passend dazu. Finde ich cool, ich finde diese Glitzersteinchen hinten in der Tasche noch richtig edel, keine Ahnung, feiere ich irgendwie. Aber 1500 V-Bucks ist jetzt gerade nicht wenig. Für diese V-Bucks würde ich dann doch vielleicht den Gage-Skin kaufen und noch einen anderen Skin, aber jedem selbst überlassen. Sternstab für 800 V-Bucks haben wir natürlich auch bekommen. Auch ein cooles Teil mit zauberhafter Sternenmacht, würde ich auch so stehen lassen. Ich würde gar nicht mehr darauf eingehen. Sieht cool aus, erinnere mich ein bisschen an Mario Kart. Und ja, dann haben wir nochmal total funky als Musik. Könnt ihr im Hintergrund natürlich jetzt nicht hören, ich mache einfach mal noch kurz die Musik an. Ich weiß aber nicht, ob das dann sozusagen für euch reicht, dass ihr das hört. Ich hoffe ja mal schon, Lautstärke der Musik natürlich mal auf 100%. Dann gehen wir zurück und hören uns das Ganze einfach nochmal an. Ihr hört es im Hintergrund. Abspielen und mit dem Funk hingeben, 200 V-Bucks. Dafür für Musik 200 V-Bucks auszugeben, ich höre die Musik eigentlich nie. Ich habe sie immer aus, also daher, ich würde es nicht machen. Euch ist es aber selbst überlassen. Ich weiß, dass einige von euch die Musik feiern in Fortnite. Also gönnt euch einfach mal. Dann haben wir die Rio Grande, ein Skin für 1200 V-Bucks. Mit dem Tasche Grande Rücken-Accessoire-Skin haben wir neu bekommen gestern in den Shop. Und ich finde den richtig cool. Also definitiv gönnen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch diesen Skin gegönnt habt oder nicht. Interessiert mich auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich nochmal hier Grenzläufer, die männliche Variante. Also den Indiana Jones, sagen wir mal. Mit dem Zünder-Rücken-Accessoire und Grenzläufer. Finde ich cool. Gibt es in zwei Stilen. Einmal mit oder ohne Kopfbedeckung. Und dann nochmal Langhorn. Ihr wisst es ganz genau. Diese Spitzsage haben wir richtig lange erwartet. Und wir haben sie endlich bekommen. Richtig cool. Gönnt euch das einfach mal an. Dann haben wir natürlich nochmal hier Fraktal-Punkt. Eine richtig heftige Lackierung. Haben wir heute neu in den Shop bekommen. Und für 500 V-Bucks sieht das Ding unnormal heftig aus. Also richtig krank sieht das Ding aus. Finde ich zu fresh. Also definitiv Empfehlung. Geht raus. Ah, das Ding. Dieser Roboter. Der größte Bastard auf jeden Fall. Und Deadfire. Den Skin haben wir wieder in den Shop bekommen. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Tilted Town. Ist ja wieder. Hat sich geändert sozusagen. Tilted Town ist neu in Fortnite. Und da verwandelt man sich in diesen Deadfire Skin. War zuletzt vor 282 Tagen im Shop. Mit dem Kettensteinrückenaccessoire. Und heute haben wir wieder die Möglichkeit. Diesen Skin zu kaufen. Passend dazu natürlich nochmal dunkler Splitter. Dunkler Splitter haben wir tatsächlich auch seit 282 Tagen nicht mehr gehabt. Und wenn man damit Kills macht. Fängt die an zu leuchten. Und ist auf jeden Fall reaktiv. Natürlich für 1200 V-Bucks. Eine richtig coole Spielzeuge. Kann man sie auf jeden Fall kaufen. Und den Deadfire Skin auch. Denn der ist ebenfalls reaktiv. Wenn man einen Kill macht. Das war es von dem Gegenstandshop. Wenn ihr mich unterstützen wollt. Mit dem Creator Code. Meta-8 gerne machen. Ansonsten ein Abo dalassen. Glocke aktivieren. Und meinen Creator Code eingeben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao und tschüss. Und bis zum nächsten Mal.